Heute mal mit dem exakten Gegenstück zur Friedenstaube. Und damit herzlich willkommen zur sechsten Ausgabe meines Pokémon Competitive Guides. Heute mit Tau-Boss. Und das Boss trägt diese Taube vollkommen zu Recht im Namen. Denn durch Oras und seine daraus resultierende Mega-Entwicklung ist das Viech ganz schön stark geworden. Und eben zu dieser Mega-Entwicklung ist auch heute der Guide. Es bietet sich an, einen Tau-Boss als speziellen Sweeper zu spielen, weshalb man jeweils ein volles Investment in Init- und Spezialangriff sowie ein Investment von 4 EVs auf KP hat. Hinzu kommt ein mäßiges Wesen. Die Fähigkeit ist eigentlich völlig egal, da sie eh schnell durch Schildlos ersetzt wird, bei welcher es sich um eine sehr gute Fähigkeit handelt. Denn Schildlos bewirkt, dass jede Attacke, die mit dem innehabenden Pokémon zu tun hat, trifft. Weshalb man sich keine Gedanken über die Trefferraten der Attacken machen muss. Der dazu passende Movepool besteht aus Orkan, Hitzewelle, Hyper-Strahl und Kehrtwende. Wenn man sich das Ganze so ansieht, wirkt Tau-Boss schon ziemlich gut. Weshalb es, wie ich finde, zu Recht im Oyu ist. Es ist verdammt schnell, verdammt stark und hat Angriffe mit einer großen Schadensbase, welche immer treffen. Klingt ganz gut, oder? So, das war's auch schon wieder für heute. Jetzt habe ich hier noch zwei weitere Videos, die du dir ansehen kannst. Links kommst du zum vorherigen Guide über Schillok und rechts zu meinem Video vom letzten Sonntag. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wir sehen uns hoffentlich nächsten Sonntag wieder. Bis dahin, ciao! 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 Untertitelung des ZDF, 2020